hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme let's play landwirtschaftsmonitor 2013 together ja ist klar muss man erst mal überlegen was wir überhaupt aufnehmen genau ich wollte eben gerade schon irgendwas mit minecraft sagen weil ich ja ich würde mal sagen wir sagen auch hallo hallo übrigens heute kein jonas aber dafür ein da nie mal wieder dabei auf dieses video kriegst dann erst mal zehn likes oder so wahrscheinlich also heute machen wir aber keine kacke sondern wir versuchen was gescheites zu machen und deswegen stelle ich jetzt erstmal die wachstumsgeschwindigkeit hoch wir haben da wir haben missionen machen nein jonas wollen wir machen stimmt eigentlich ist durch zufall oder wollen wir keine missionen machen ja mission würde ich schon mal okay dann mache ich nämlich mission auch schon mal an das war so in 20 minuten eine machen können so und jetzt müssen wir mal hier ist fällt beobachten bis das halt gewachsen ist weil ja warum weiß nicht irgendwie ist das total ungewohnt über minecraft immer so öfters macht ja irgendwie man kann nicht fliegen ich kann ja aber kannst du ein machen warte kurz ähm slash god oh man geht nicht scheißdreck geht nicht wo war das noch mal ah warte kurz warte mal ich habe mal so eine frage haben wir eigentlich die anderen felder alle gesehen ja haben wir nein doch also auf der zumindest wenn ich escape drücke und dann danach gucke dann sind die komplett gesät ok also sind zumindest alle im wachstum und da ist überall gäste gesehen gar nicht raps gesät auf dem 16 als gerste gesät ja sieht auch ganz gut so aus glaube ich auch wenn ich jonas gemacht hat aber auch wenn spaß wir wollen ja jonas nicht wenigstens hat jonas mal hingekriegt hier gerste zu sehen 30 hektar mit dem mädrager geerntet nicht schlecht schön hier nicht voll groß und so oder unten wird wir mit dem mädrager ja geil auf der straße da ist ein baum wollte ich nur irgendwie sieht das ganz schön kacke aus aber man kann trotzdem die leute ganz gut beobachten irgendwie sehen die bäume jetzt ganz schön kacke aus so 2d oder so man kann sogar die pixel erkennen ja wenn du nur genau hinguckst dann kann man das auch erkennen das stimmt mit ganz viel fantasie will das denn nicht endlich mal wachsen würde man ich habe doch wenn man so mit dem mädrager aber da ist er ausgewachsen okay wenn man so mit dem mädrager darüber fährt und auch noch nicht fertig also nicht ausgewachsen ist dann sieht man keine reifenspuren aber jetzt wächst es bestimmt gleich und dann fährst du das ganze feld kaputt konnte man nochmal Fahrzeug von oben sehen also nicht deine innenperspektive oder ging das hier gar nicht mehr auf C ah besser und dann musst du das äh achso ich dachte du willst von oben sehen weil dann musst du so nach oben stellen und hochscrollen oder ich nach dem moin Dani was macht ihr denn da naja ich komm mal wieder runter und nix guck mal ich komm gleich mal auf euch runter gefallen oder so und was geile ist ja wenn man genau hinhört und ach guck mal fertig vielleicht hört man es ja auf jeden fall wenn ich so hier in der luft rumlaufe dann ähm ja hört man sogar die laufgeräusche Daniel bleibt mal stehen usch hallo ich bin auf dir gelandet ey frage ist ne ist es nicht ne das ist noch nicht fertig das dauert noch einen Moment du fährst einfach wieder drüber feld 15 ist fertig also wir können wir könnten mähen wollen lass uns mal mähen das können wir ey Mike 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 kannst ja mal mähen okay Dani willst du das auch sammeln? dann mähe ich und du sammelst auf ja und ich brille hier noch ein bisschen weil du bist ja gerade schon so in die Richtung René dann achte du mal so lange weiter auf äh drauf ob das irgendwann mal fertig ist mach's am besten per escape weil dann siehst du auch ob feld 17 und 20 irgendwann mal fertig ist ich glaub also 17 ist schon irgendwie so zum Teil fertig die sollten aber eigentlich später fertig sein weil äh irgendwie da war noch gar nichts feld 17 ist außenrum irgendwie fertig ach ne gar nicht das ist Gras okay das ist Gras außenrum um feld 17 weil Daniel das ja gemäht hat genau irgendwie hab ich gerade gar keine Lust auf Nacht warte mal ich mach mal Tag ähm GS wo waren das? ah da war's gerade äh machen wir mal 5 Uhr morgens dann wird's ne okay dann wird's nämlich gleich wieder Tag und dann ja so dann mähe ich mal hier ne Daniel du kannst das ja aufsammeln ach du bist ja schon da okay ah man ja damit hätte man nicht gerechnet das hier kannst du sogar so halbwegs guck mal guck mal guck mal guck mal ah ne doch nicht das hier kannst du sogar so halbwegs gut aufsammeln weil ich nämlich gescheit mähen kann im Gegensatz zu René der da die ganze Zeit nur irgendwelche Kacke macht lauer nicht ich kann das lass mich ich kann das alleine was ist da los? pfft Alter ich denke du wolltest 6 Uhr machen das ist längst so komisch das muss ich glaube ich gleich nochmal ändern weil irgendwie na jetzt hervorragend ja naja ist ja ganz gut wenn wir so die Uhrzeit ändern können die übereinflusst hier ja nichts hier ist ja nicht so dass es in wie in Minecraft irgendwelche Monster gibt oder so wie viel Geld haben wir? äh wir haben 14.000 warum haben wir eigentlich Geld dazu bekommen? achso wir haben ja diese Solarzelle wahrscheinlich bringt die Geld dadurch dass wir jetzt hier die Uhrzeit schneller laufen lassen ja möglicherweise da wird erst das ganze Geld abgezogen was man hier bezahlen muss um äh für diese Autos weiß ich nicht ne keine Ahnung glaub ich keine Ahnung hab ich nicht drauf geachtet auf jeden Fall jetzt wird es gerade weniger Geld und dann irgendwann jetzt schwupps und dann ist es wieder mehr Geld ganz am Anfang hatten wir ich glaube als ich den Spielstand geladen habe hatten wir äh 9.000 oder so mhm ja jetzt sind es schon 14.800 hervorragend hervorragend ja das macht dann schon hervor ey äh euch kann ja weisst du was ich fahr mal da hinten zu Feld äh was war das bei der BGA halt dann können wir da nämlich auch mähen glaub ich ja genau 5 war das genau ne ne du kannst ja weiterhin drauf achten wann das fertig ist Jo aber äh nee äh geht nicht kaputt kaputt ja das könne daneben sein also auf jeden fall nämlich wieder ausgewachsen was was gewachsen war aber das ist glaube ich daran ich war ja das hat oder das kraften was wir haben alles runter oder ne lassen wir noch einen moment so laufen und erst gleichzeitig warum macht der hier sowas der sack tut mir leid nicht meine eigentlich das vier dann kannst du mal ganz kurz mir ein Anhänger ich bin stellt und Kippa oder so da mache ich gleich danke als Tati Selex Mann warum warum der weiß ich nicht aber da ist es in letzter Zeit allgemein und ein bisschen Karte er habe ich glaube ich habe so ein Obst die oder so verschluckt Lecker Schmeckte es heißt ja Obst ist gesund genau aber keine Fliegen ist gleich bei La warum die fressen doch Obst ja Fleisch ist doch auch gut Proteine Mann Proteine du brauchst Fleisch ohne Fleisch geht gar nichts oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh dein Gott oh dein Gott oh dein Gott ähm drescht du jetzt gerade schon? ja okay das ist gut dann sind wir jetzt in der Folge mal produktiv also dann machen wir jetzt eine Aufnahme in der wir komplett produktiv sind und der nächste Aufnahme ist Jonas wieder da das heißt da machen wir nur Scheiße jawohl aber jetzt wissen wir genau es liegt an Jonas ja ich hätte mit dem Rapsfeld anfangen sollen ich hole mal dir schnell mal das Anhänger oh lol Anhängerchen ja vergesse ich das noch also Dani ist voll der Hänger haben wir das auch geklärt ich fahr jetzt mal eine Runde verdichten haha viel Spaß wollen wir uns mal ein Radblader kaufen äh für die BGA ja eigentlich ganz praktisch ne damit könnte man echt gut Geld verdienen wenn man dann das ganze Silo da so leer hauen ne in der BGA ich guck mal ups wie viel kosten der 100.000 oder so ich gucke gerade warte mal oder wollen wir uns dafür einen Mod holen was haben wir denn überhaupt gerade wir haben doch eine haben wir eine auf der Bank müssten eine 200.000 wir haben doch so eine Greifzange ne also an der Kuhweide liegen ist das ein Mod oder ist das eine normale äh ich glaub das ist eine normale ich glaub die gehört zum Weidemann oder ich weiß es nicht aber ja das kann sein Weidemann gucken wir mal Weidemann Silo Zange soll ich nie hier hinsteigen rein ich muss da einfach bei Besitz ja ne stimmt na was soll ich nie hier hinsteigen ja ah ja Weidemann Greifgabel das steht aber nicht dabei wie viel da reinpasst danke warum steht das nicht dabei ich müsste ein 1200 oder so sein ach und wir haben noch eine Deutsch Frontlader Silage Zange ach hier passen 3000 rein ok und dann gucken wir halt mal was hier Moment Frontlader ein Radlader wie viel passt denn in den Radlader rein äh 100.000 ne so viel 100.000 auf der Fakt ist ja ein bisschen viel oder ich weiß es nicht keine Ahnung aber der kostet eigentlich auch nicht so viel wie viel kostet der 99 oder äh 98 ja fast 99 also das geht eigentlich noch können wir uns an sich an haben wir nicht auf der Bank noch jede Menge Kohle und so äh ja eigentlich schon oder wollen wir lohnt es sich meist zu machen ja kommt drauf an willst du in häckseln oder dröschen äh ich hatte gesagt dass wir uns den ähm Big X kaufen also zum häckseln ja weil äh dröschen bringen nicht viel ok kriegst du kein Geld für weil den könnten den Big X könnten wir uns ja kaufen und dann da halt häckseln und dann können wir das ja glaube ich für zu den Kühen bringen beziehungsweise auch in die BGA boah ich schalte jetzt mein Geldprogramm aus in die BGA und halt ja für den Kühen genauso wie Graf Graf gehen wir auch in die BGA was wir uns natürlich noch kaufen könnten wäre so ein äh mal wieder 6 Uhr oder so